Die Welt versinkt in Plastik. Ein schlichter und doch so starker Satz, gleich zu Beginn gesprochen von Hansi Jochmann. Damit beginnt eine filmische Recherche, die ein Jahr lang gedauert hat und deren im ersten ausgestrahltes Resultat sehr treffend die Recycling-Lüge heißt. Benedikt Beamter und Tom Costello haben dieses preiswürdige Exempel von Verbraucherjournalismus vorgelegt. Carsten Stormer in Manila, auch er ein guter alter Bekannter beim Otto-Brenner-Preis, hat das Konzept geschrieben. Verbraucher und Verbraucherinnen sind wir alle und damit mitverantwortlich für ein global umweltverschmutzendes Desaster, das sich allein in Deutschland alljährlich auf die unvorstellbare Größenordnung von 6 Millionen Tonnen Plastikmüll addiert. Wohin nur mit all dem Dreck? Ist kein Dreck, sagen Industrie und Politik, sagen Lobbyverbände wie der grüne Punkt. Kann man wiederverwerten, umweltschonend zu neuem verarbeiten. Wärmter und Costello beweisen präzise, dass das eine für manche durchaus profitable Irreführung von uns allen ist. Und die Politik lässt es geschehen. Nicht nur, dass es keine Kreislaufwirtschaft wie versprochen gibt. Der Plastikmüll wird nur zu geringsten Anteilen wiederverwertet. Die größten Mengen werden klimaschädlich in Betonöfen verbrannt. 52 Millionen Tonnen CO2 entstehen so allein in Europa, erfahren wir. Und der Rest wird einfach irgendwo in die Landschaft in Gewässer gekippt. Besonders asiatische Länder sind die Leidtragenden. Wir lernen die 15-jährige Umweltschützerin Nina in Indonesien kennen und denken, Kinder wie sie braucht es, um die Welt zu retten. Eine Blamage für uns Erwachsene. Der von Wärmter und Costello klug komponierte Film hat zwei Argumentationsstränge. Zum einen das ideologische Greenwashing der Industrie. Zum anderen die kriminellen Netzwerke, die dem Müll nicht entsorgen, sondern sich seiner illegal entledigen, aber erst, nachdem sie vorher kräftig kassiert haben. 75 Minuten lang nehmen uns die Filmemacher mit auf ihre globale Spurensuche an Schauplätzen wie Indonesien, der Türkei, Bulgarien, Großbritannien und den USA, um nur einige zu nennen. Sehr aufwendig produziert das Ganze exzellente Kamera. Gegen Ende hin gewinnen Dramaturgie und Erkenntnis nochmal an Fahrt dank einer verdeckten Recherche im Milieu der Müllmafia. Offenherzig spricht die über ihre Gesetzesbrüche und zeigt die Orte in Bulgarien, wo man die Kunststoffballen, die zu nichts mehr Nütze sind, verschwinden lässt. Das führt dann zur Pointe des Films, führt zu Alison Harding in Großbritannien, in England. Eine aufrechte Müllsammlerin und Umweltschützerin, die glaubte, all ihre sauber sortierten Folien von Chipstüten seien von dem US-Startup TerraCycle längst zu Kunststoffgranulat verarbeitet und damit zu neuen Produkten. War aber nicht. Die lagen im Bulgarien rum, paketeweise mit Absenderetikett von Alison, bestimmt für den Verbrennungsofen. Das Etikett war die Spur für die Rechercheure zu Alison in der englischen Kleinstadt Shaftesbury. Die Enttäuschung im Gesicht von Alison, der Betrogenen, muss man gesehen haben. Wermter und Costello sind ihren Weg konsequent zu Ende gegangen. Konfrontationsinterview mit Tom Chucky in den USA, dem Gründer von TerraCycle, werden Fotos aus Bulgarien gezeigt. Sie überrumpeln mich. Interviewabbruch. Später die nachgereichte Ausrede, Bulgarien war nur ein Einzelfall. Die Recycling-Lüge ist eine Fernsehdokumentation, die für große Enttäuschung sorgt. Enttäuscht sind wir alle als Verbraucherinnen. Die wir glaubten, alles sei gut, wenn wir unseren Joghurtbecher nur in den gelben Sack stecken. Mit einer groß angelegten internationalen Recherche beweisen Benedikt Wermter und Tom Costello, dass in der ach so sauberen Entsorgungsindustrie Lug und Trug an der Tagesordnung sind. Auf Basis konsequenter und umfassender Recherchen wächst aus diesem Film eine Kritik der verschmutzenden Globalisierung. Ein Film, an den man sich im Alltag immer wieder mit ungutem Gefühl erinnert. Dann nämlich, wenn man selbst etwas wegzuwerfen hat. Danke. Jetzt habe ich mir meine Pointe genommen. Die Laudatio geht ja noch weiter. Ein Minetekel, das nachwirkt. Und das ist eben dann nicht enttäuschend, sondern herausragender Fernsehjournalismus, der den Otto-Brenner-Preis sehr verdient hat. Danke. Benedikt Wermter lebt zurzeit in Indonesien. Er kann leider heute nicht da sein. Und Tom Costello musste leider ganz kurzfristig aus Krankheitsgründen absagen. Aber wir haben eine Videobotschaft von Benedikt Wermter aus Indonesien bekommen. Liebe Otto-Brenner-Stiftung, liebe Gäste, herzlichen Dank für Ihr großes Interesse an der Dokumentation, die Recycling-Lüge und natürlich vielen Dank für den Preis. Ich bin persönlich sehr froh und stolz, dass wir da einen Preis gewinnen konnten. Wir hatten mit diesem Film natürlich, wie Sie sehen konnten, sehr, sehr viel Mühe und unter anderem auch mit großen, auch rechtlichen Widerständen zu kämpfen. Deswegen bin ich froh, dass dieser Film gelaufen ist und auch übrigens noch international ausgestrahlt wird. Mit dem Film wollen wir ein Stück weit Ihre Augen öffnen, was wirklich mit unserem Müll passiert und wo die Ursachen für diese Vermüllung liegen. In dem Zusammenhang auch nochmal Danke an die Otto-Brenner-Stiftung für das Stipendium zur Recherche, wie die Zementindustrie auch von diesem großen Müllaufkommen profitiert, was ich vor zwei Jahren mit dem Kollegen Michael Billig hatte. Nicht zuletzt, wir wollen nicht nur die Augen der Menschen in Europa öffnen, sondern auch Verbraucherinnen und Verbraucher hier in Südostasien, in Indonesien, darauf aufmerksam machen, wie sie eigentlich getäuscht werden von westlichen Firmen, die hier schonungslos Verpackungen auf den Markt schmeißen, ohne sich am Ende darum zu kümmern, was damit passiert. Vielen Dank also nochmal, Ihnen einen schönen Abend und ich werde an dem Thema dranbleiben. Ich freue mich weiterhin über Ihr Interesse. Danke. Da steht in den Bergen vielleicht auch unseres Mülls. Das ist auf Sumatra, Indonesien, Benedikt Wärmter, ausgezeichnet mit Tom Costello für seine wirklich herausragende ARD-Dokumentation, die Recycling-Lüge. Ja. Vielen Dank.